Und damit Willkommensabend auf eurem Kanal an! Hopdi, der Witz, den haben wir schon das letzte Mal gebracht. Du kannst den nicht wiederholen. So, ich kann machen, was ich will, Mama. Schussi kann aber nicht denken. Verzieh' dich, du Schweizer. Lalalalalala, warum bin ich zu dumm zum... Ich verzieh' mich an die Spitze. Ist so geil. Hab' ich grad' die rote Versehnis mit der Banane gesniped? Du hast ne Münze, wie... Bei mir hattest du kein Item zum Abschützen? Was? Ja, der Schweizer. Nein, ich hab' ne Banane nach dir geworfen, und damit aus Versehen den roten Unhupti gecancelt, weil die Banane von dem Lübschen... Hey, schon wer! Warte, der Einzelte! Ihr macht mir das nicht einfach mit euren Namen! Ah! Schon wer! Ah! Ah? Ähm, Banger, lass uns zusammen halten. Oh? Ähm, Banger, du was? ich habe eine tote schildkröte wir haben sie du musst schon voraus fahren wenn du mal erst aber aber ich bin ich verbringe zeit man jetzt muss ich einfach drei pilze ja dann habe ich noch aufgenommen aber weil es geblitzt wurde habe ich den effekt nicht gekriegt aber du hast alle drei getroppt bei mir ja naja und durch den einen bin ich dann durchgefahren aber ich habe den effekt nicht gekriegt wahrscheinlich war cool oder was weiß ich warum ist das dann so schon wenn du bist eine geile bilder ja schnackgeräusche warum werden das versucht ihr bananen steckt ihr deine bananen sonst wo ich bin zwei deine dummen bitches schon wenn du bist dritter wie fühlst du dich ach m banger du und ich du fährst dich nämlich ganz schön scheiße m banger würde ich auch noch hintergehen so das war dann mein hoch für die nächsten fünf folgen das ist wahr ich habe oder kalle machen wollte nicht raus bekam dann ist es hat pokeball und dann verschwinde das ist schon mehr gewinn für mich okay das kann auch ich machen was wenn der wurde ja ich zum essen gerufen von den nummern nicht erst dann jetzt weinte in der ecke hey die map ist aus kese ähm ich fick kese schwer überback dich mit käse damit ich dich vernarschen kann ich weiß nicht ob das allzu toll wäre um ehrlich zu sein für sie schon für mich schon ja ach so ach ja das so ist was geil ist und die ist trotzdem zweiter was wenn der jetzt gar nicht der muss wirklich nicht gehen ich habe tatsächlich noch mit oder es gab es gar nicht gekommen ja sag ich doch du bist der scheiße wenn du essen gehst und die hat immer noch einen roten ich habe nicht hundi gesagt ich hätte es gern ich habe hundi verstanden verpiss dich käse easy ojo stage einfach okay stage weg ojo b sag ich clown oder schon mal vor oder scheiße im zweiten warum OP Egal da hat sie kein feuer mehr ich mag es nicht geblitzt schweiß raucher Wenn man Raucher schweizt, dann schmeckt der Rauch nach Geld. Wenn man schweizt und raucht, kriegt man mehr Geld. Oh nein, verpiss dich. Verzieh dich. Oh Gott, oh Gott, ich dachte, warum bin ich geworfen? Wo kommt die her? Oh Gott, der hat Kürze genommen. Oh Gott, der Piss dich! Was? Fuck, du ganz gewaltig, ihr dummen kleinen Kommen-Schlampen! Und Snipe? Nein. Oh, fast mich selbst gesnipet! Boah, schon mehr! Voll gut! Ich finde das nicht in Ordnung, wenn die Komp so weit vorne sind. Warum bin ich auf sieben? Vorfekte Scheiße! Weil du sieben gut bist! So bin ich auf dem zweiten oder dritten. Aber, aber! Ja? Erzähl uns ruhig, Merti, wir hören dir zu mit deinem Problem. Fuck you bitch! Seh ich. Genau so. Okay, jetzt können wir dir leider nicht mehr zuhören mit deinem Problem, weil das ist vorbei. Also, irgendwie soll ich Bommisch gedriftet. So, schön. Sind die wohl weggebombt, auch schön. Macht mich glücklich in meinem Herz, muss ich ehrlich gestehen. Und Snipe wird jetzt echt noch Zweiter. Was laberst du? Ich meine, Zweiter nach dir. Achso. Ich verstehe. Ich traue mich. Baby-Tactics gehen auf. Wow, ey! Warum ist der so gut, wenn der nicht mehr da ist, die kleine Bitch? Weil er, weil er genauso spielt wie ein CPU. So, Goketta stinkt. Ja, mach schade. Es ist Zeit. Zum Meckern. Es ist Zeit für ein Duell. Du, 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 Duell! Wie fort! Wer war das? Kalle? Was? Was? Wer wüsste es? Siehst du doch gleich. Ah, natürlich. Ah, das war der Schöne. Der einzig Wahre. Wie kannst du das nicht wissen? Boah, ich finde es doch so ähnlich. Ja, doch. Ja, doch. Immer schon. Neben Hautfarbe und generellem Aussehen ist das Aussehen schon gleich. Huuuuuuuuuuu! Schwer- ich sehe deinen Popo! Wieso gibt's keinen Darden? Aber, ich spiele Baby, gib weg von mir! Ja, eben! Ich zeig mir deinen Baby auch! Schluss! Ah! Die... 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 Da wurde von Richthart angewiesen, nicht mehr die Nähe von Spiegel. Zum Glück, zum Glück können wir keine Werbung schalten. Oh nein! Wo? Warum ist dein Kommen schon wieder auf den zweiten, das finde ich nicht wahr. Ach, das ist ein guter Puffer. Ach, ich dachte, das wäre ein roter, das ist einfach nur der Helm von... Ich war doch nicht so ein Arter. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber kostet mir die Stimmung. Du siehst dein Babypupo. Babypupo. Klatsch mir doch auf den Arsch. Ja, ja, ich komme. Komm doch. Wenn ich dich sehe, komme ich ganz gewaltig. Was, ich? Dann braucht der blaue, bitte. Also, wer auch immer du bist, verziehlich. Aber ich habe kein Problem. Oh. Willi willst du wissen? Willi willst du wissen? Willi willst du wissen? Ihr sollt euch verpissen. Willi willst du nicht mehr? Willi willst du nicht mehr? Ich muss mein Babypupo hin. Babypupo ist auf dem Weg zu den Sternen. Popolina, warte auch nicht. Ja, Cindy, wenn du frech werden willst, dann musst du aber auch damit klarkommen, dass du weggebombst wirst. Ja. Sowas mit den Briten auch. Richtig. Popolina! Wow! Oh! Oh! Schade! Oh! 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 warte mal, dass du hier grad voll ein assi sein warum ist hier noch eine runde wie lange wollen wir eigentlich heute bis zum barbie film weil hub du es ja nicht da weißt du was der letzte war schwer auszuweiten hab ich bis zum ende mitgeguckt aber bei barbie bin ich mir echt unsicher doch als gruppe geht das schon schwer durfte ich den film aussuchen ich hab mir den gespeichert welchen hast du geguckt ich hab den glaube ich auch noch nicht gesehen ich hab einfach nur barbie geyoutubt und den ersten genommen dann ist es wahrscheinlich wieder irgendwie Prinzessin auf dem Schwansee nein Schwansee war es nicht es war irgendwas was ich noch nicht kannte wir können uns auch die vierstündige Smash Bros. Melee Documentary anschauen da hätte ich wahrscheinlich mehr Bock drauf nein ich hab zwei kleine schwestern wisst ihr wie viel fucking barbie ich in meinem leben schon geguckt hab ich hab auch schon zu viel gesehen ich nicht weil ich hasse barbie ich auch ich hab schon nur zwei kleine schwestern eine davon ist ein großer Bruder ich hab noch einen Flug abzuschießen du kleine komm bitch wie er in der aufnahme hört man den witz von Terminus nicht den fand ich toll den guck ich hab nicht gehört was werden deine schwestern noch mehr darüber genervt dass du viel barbie gucken musst du bist nur der einzige der dann Ich will aber, lass mich kommen. Wo ist Funky Kong? Ja, stimmt. Scheißspiel eigentlich. Was hast du für items? Ey Alter, hör doch mal auf in der Kurve zu lenken. Ey, mein Spiel leckt grad, wie willst du? Hast du mich zwei Sekunden warten lassen, bis ich's weiß? Schau mein Internet los. Nein, ich hab die Mauer geknutscht. Spiel hör auf zu lenken. Nein, ich hab die Banane weggehofft. Egal, die hat mir nichts gemacht, weil ich es selber runtergefallen bin. Warum bin ich so schlecht? Das sind die Genen. Warum bin ich so schlecht? Das ist dieses zweite X. Damit kann ich gar nicht fahren. Nein! Ich glaub, Tumnus hat grad sein zweites X entdeckt. Ich habe alles und es bringt mir absolut gar nichts. Ich war grad eben noch Erste. Und dann kam das zweite X. Auf den ich mitspielt, ist alles gut. Fick dich. Oh, cool! Was das diese Folge gefallen hat. Oh, ich hab ein Poker. Und ihr wisst, es hat euch besser gefallen, weil Hüfti weniger drin ist. Das ist ein Zipi. Ich hab die Restaurant nicht mitgespielt. Tschüss! Ausreden! Alles ausreden! Tschüss! 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 Tschüss!